Die BMW Group hat sich das Ziel gesetzt, erfolgreichster und nachhaltigster Premium-Anbieter für individuelle Mobilität zu sein. Indem wir nachhaltig handeln, schaffen wir einen Wettbewerbsvorteil. Wir setzen Maßstäbe für die Mobilität von morgen mit effizienten Antrieben und intelligenten Dienstleistungen. Unsere Fortschritte in 2016 unterstreichen das. Zum einen haben wir mehr als 62.000 elektrifizierte Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das ist mehr als eine Verdopplung gegenüber 2015. Und seit dem Marktstart von BMW i3 im Herbst 2013 sind es 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge. Und im Übrigen für 2017 haben wir uns die gleiche Zahl 100.000 Fahrzeuge elektrifiziert vorgenommen. Unser Carsharing haben wir nun auf insgesamt 14 Städte in Europa und den USA ausbauen können. Von 69 Prozent unseres Einkaufsvolumens kennen wir inzwischen den CO2-Fußabdruck und mehr als 5.600 Lieferantenstandorte sind bewertet. In unserer Produktion haben wir den Ressourcenverbrauch und die Emissionen je produziertes Fahrzeug um fast fünf Prozent senken können. Und schließlich sind wir zum dritten Mal in Folge Branchenführer in den Dow Jones Nachhaltigkeitsindizes. Im Jubiläumsjahr 2016 zum 100-jährigen Bestehen der BMW Group haben wir unsere Strategie Number One Next verabschiedet. Nachhaltigkeit ist hier noch umfassender als bisher verankert. Damit auf allen Ebenen ein zentrales Element unserer Entscheidungen. Wie geht es weiter? Die Vielfalt unserer elektrifizierten Fahrzeuge wird weiter zunehmen. Die Dienstleistungen werden wir ausbauen und die Umweltfreundlichkeit unserer weltweiten Produktionsstandorte werden wir noch mehr steigern. Darauf können sich unsere Kunden und Stakeholder freuen.